Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem Planet Zoo News Video. Seit langem mal wieder, ich freue mich sehr. Ihr seht schon im Hintergrund, worum es geht. Es geht nämlich um das kostenlose Update, was wir am 8.12. alle bekommen werden. Und eine neue Funktion von diesem Update wird sein, dass die Tiere endlich mal tauchen können. Das war ja vorher nie möglich. Die sind immer nur in der Oberfläche geschwommen, beziehungsweise die Flusspferde sind dann einfach unten auf dem Grund sozusagen entlang gelaufen. Und jetzt haben die Tiere endlich die Möglichkeit, auch mal abzutauchen und dann hier den ein oder anderen Fisch zu snacken. Es gibt nämlich auch hier diesen tollen neuen Unterwasser-Futter-Spender. Die Fische sehen ein bisschen seltsam aus, muss ich sagen. Die sehen so ein bisschen reingefotoshoppt aus. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Das werden wir auf jeden Fall ausgiebig testen, ob das dann in-game auch so seltsam aussieht. Oder ob ich mir das nur einbilde, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Es werden auf jeden Fall auch noch weitere Gegenstände kommen, denn zum Beispiel das da oben ist auch noch irgendwas. Hier sind so Fässer, damit das nicht untergeht. Es könnte alles sein. Es könnte irgendein Laufsteg sein von den Mitarbeitern oder irgendein Zuchtbecken von irgendwelchen Fischen oder sowas. Ich weiß es nicht. Mit dieser neuen Funktion, nämlich dass die Tiere tauchen können, kann man dann auch endlich mal ein bisschen mehr diese ganzen Unterwassertunnel und Unterwasser-Viewing-Points und sowas nutzen. Weil ich habe schon so viele Zoos von euch besichtigt. Da waren so coole Sachen unter Wasser dabei. Allerdings hat man immer die Tiere nicht wirklich zu Gesicht bekommen, weil die halt nur an der Oberfläche sind. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, wir gehen jetzt auch noch mal schnell auf den Artikel, denn da stehen auch noch mal weitere Infos. Also das Ganze ist das Update 1.4 und kommt, wie gesagt, am 8. Dezember 2020 und ist kostenlos. Also das wird jeder von uns bekommen. Ob da noch ein DLC zusätzlich zu diesem Update rauskommt, was man dann noch kaufen kann, das weiß ich noch nicht. Aber könnte natürlich sein, mit vielleicht passenden Tieren, die dann auch mit dem Tauchen was zu tun haben. Vielleicht der Otter, vielleicht Biber, vielleicht der Schnabeltier. Wer weiß, wer weiß. Da gibt es ja viele coole Tiere. Und es kommen auch noch einige weitere Funktionen hinzu. Wir haben hier nämlich einen neuen Wassertemperaturregulator. Da kann man dann die Temperatur von dem Wasser in einen bestimmten Bereich oder Radius einstellen. Das ist dann natürlich auch eine neue Anforderung, die die Tiere brauchen, um sich wohlzufühlen. Einige Tiere mögen es wärmer im Wasser, einige kälter. Und dafür ist halt dieser Regulator dann zuständig. Genau, da kann man dann die Distanz einstellen. Wie viel, ja, welchen Radius der das Wasser halt erhitzt, beziehungsweise kälter macht. Und dann kann man die, ja, Zieltemperatur natürlich regeln. Das sind die beiden Funktionen, die dieser Regulator haben wird. Und es wird dann auch eine neue, ja, Ansicht geben, wo man dann die Temperatur von dem Wasser erkennen kann. Das wird wahrscheinlich dann ähnlich sein wie bei den Klimaanlagen mit der Ansicht. Dann haben wir einen neuen Unterwasser-Futterspender. Den haben wir ja gerade schon gesehen. Den wird erstmal nur das Salzwasser-Krokodil, also das Leisten-Krokodil, verwenden können. Für die anderen Tiere wird es aber dann auch noch in Zukunft auch in das Spiel kommen. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass die anderen Tiere auch schon tauchen können. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass es nur das Krokodil ist. Hm, das wäre irgendwie ein bisschen schade. Aber das kann ich euch noch nicht genau sagen, weil das steht hier nicht genau drin. Und, äh, ja. Der Fieder funktioniert eigentlich wie jeder andere Futterspender auch. Dann haben wir hier noch eine neue Funktion, beziehungsweise Übersicht für die Transportmöglichkeiten im Zoo. Das heißt für die Eisenbahn oder diese Gondeln, die man bauen kann. Da bekommt man dann ein paar mehr Informationen, zum Beispiel die Anzahl, welche Fahrgeschäfte man hat. Dann welches der beliebteste oder das beliebteste Fahrgeschäft ist. Dann der jährliche Profit und, und, und. Also das ist dann halt so ein Tab, da kann man draufdrücken und dann bekommt man ganz, ganz viele Infos über diese ganzen Fahrgeschäfte. Ist halt ein ganz netter Management-Aspekt, muss ich sagen. Und als nächstes haben wir ein neues Challenge, also eine neue Herausforderung, ein neues Szenario. Nämlich auf den Philippinen. Da erwarten uns dann wieder einige Missionen und Aufgaben, die man dann erfüllen kann. Und als letzten großen Punkt haben wir noch diese Animal Talks. Das sind Menschen, die kann man sozusagen vor das Gehege stellen. Und die geben dann über Lautsprecher den Besuchern einige Infos über die Tiere. Ist dann ein bisschen persönlicher, als einfach nur diese Lautsprecher zu installieren, wo dann diese automatischen Ansagen kommen. Und hier unten haben wir dann auch noch, ja, Kreativität wird hinzugefügt. Wir bekommen einige neue Dekorationsmöglichkeiten. Zwei neue Gästewege. Auch sehr cool. Vor allem alles kostenlos, ne? Das muss man immer bedenken. Warteschlangen und einen neuen, ja, Warteschlangenweg. Und zusätzlich zwei Varianten von einem, ja, von einer bereits vorhandenen Warteschlange. Da bin ich sehr gespannt. Dann bekommen wir hier neue 3D-Buchstaben, 2D-Buchstaben und ganz, ganz viel, ja, Folie. Das sind so Bäume und, ja, das, was man alles platzieren kann. Und ich weiß gerade das deutsche Wort dafür gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall der ganze Deko-Kram. Also es wird einiges Neues geben. Und zu guter Letzt wurde hier auch noch ein Multi-Selection-Tool für den Franchise-Mode eingefügt. Man konnte wohl, wenn die Animals in diesem Handelszentrum waren, nicht alle gleichzeitig markieren. Und das ist jetzt möglich. Wurde sich von vielen Leuten gewünscht. Finde ich cool, dass Frontier mal wieder so auf die Community hört und das Ganze umsetzt. Ja, und wie gesagt, das ist das Update 1.4. Das wird dann mit einigen Bugfixes und Gameplay-Tweaks am 8. Dezember für uns alle kostenlos zur Verfügung stehen. Ich freue mich sehr auf dieses Update. Richtig, richtig cool. Eine volle Liste von dem, was geändert wird, werden wir dann auch noch bekommen. Das können wir dann vielleicht auch nochmal gemeinsam durchgehen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ein mega cooles Update, wie ich finde. Und vor allem, wenn man mir denkt, dass es kostenlos ist, nochmal umso nicer. Und ich hoffe wirklich, dass es dazu dann auch nochmal ein DLC mit neuen Tieren geben wird. Der Otter wäre so nice. Ich würde mich mega freuen. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Falls es noch neue News geben sollte, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy Euer Dandy